Es gibt Leute, die gehen für Konzerne in die Kriege, verlieren ihr Bein und gehen dann noch mal zur Paralympics für denselben Konzern. Musik Auch wenn es makaber ist, die haben es nicht verstanden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Heutzutage gedenkt man nicht mehr den Toten, man wirbt für die nächsten Toten. Es geht nicht darum, wer zurückkommt und wie man zurückkommt. Arme Beine sind ja austauschbar mittlerweile. Sondern es geht darum, neues Potenzial für den Krieg zu finden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es ist ja Massenkontrolle. Es geht ja darauf hinaus, Beispiel Disney Club 33. Wenn du die Kinder schon traumatisierst, du musst sie nicht viel traumatisieren, hast du 25 Jahre später eine traumatisierte Gesellschaft. Die haben ganz genau erforscht, wie viel sie einem Kind geben müssen. Die haben ganz genau erforscht. Die haben ganz genau erforscht. Sie haben ganz genau erforscht. Die haben ganz genau erforscht. Sie sind wirklich natürlich ein goodness. Sie ist ja... Sie sind ja wirkt, wie viel sie ist. Sie ist ja ganz genau erforscht. Sie sind ja jetzt noch so jewels zu haben. Sie ist ja auch die lang technology. Sie sind ja die patentinale Idee. Sie sind ja soesterol und collaboration. Sie sind ja auch dieaters third. Sie sind ja, ich bin dauer disadvantage. Untertitelung des ZDF, 2020 Wollen wir den Leuten einfach mal zeigen, was es bedeutet, predicted programming, also konditioniert zu werden. Beispielsweise, sag mal eine Werbung der letzten fünf Jahre, wo ein blauer Himmel war, außer eine Urlaubsreisewerbung. Damit du dann, wenn du rausgehst, nie überrascht bist, dass der Himmel grault. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie in your face, die uns das die ganze Zeit zeigen. Immer unter dem Prinzip, wenn sie uns sagen, was sie machen und wir nicht reagieren, sind wir selber schuld. Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier wird gleich wiedersehen, dass die下面 new goat an contrib witness geht. Vielen Dank.